Die Ausgangsstellung ist der Vierfüßlerstand. Diese Position bedeutet eine Teilbelastung für die Wirbelsäule und ist gut für Patienten in den Stadien 1 und 2 geeignet. Die Übung fördert die Mobilisation der Wirbelsäule in die Drehung. Die Hände sind unterhalb der Schultergelenke und die Knie unterhalb der Hüftgelenke aufgestellt. Das linke Bein wird dabei im 90-Grad-Winkel seitlich abgespreizt aufgestellt. Die Fußspitze wird hochgezogen. Die rechte Hand unter dem Körper hindurch zum linken Fuß ziehen. Dabei das Knie so gestreckt wie möglich halten. Dann den Arm schräg nach rechts oben strecken. Die Augen verfolgen die Hand. Dabei wird der Kopf mitgedreht. Den Bewegungsablauf dreimal wiederholen. Nach der Übung Arm und Knie wieder aufstellen und die Seite wechseln. Nun soweit es geht mit der linken Hand unter dem Körper hindurch zum rechten ausgestellten Fuß ziehen. Dann schräg nach oben strecken. Diesen Ablauf dreimal wiederholen. Die Übung bewirkt außerdem eine Dehnung der Schultergürtelmuskulatur. In die Ausgangsstellung zurückkommen. Die Übung auf jeder Seite drei bis fünf Mal wiederholen.